hallo auf ein guter schädel nie wieder zeche ich mit rotbart das ist aber lange her ganz im gegensatz zu dir großer böser wolf obwohl mir scheint dass du in schlechte gesellschaft geraten bist und welche gesellschaft soll ich mir suchen bäumelinchens vielleicht ein schnaps und sie liegt unterm tisch aber was für dich her oh gott das ist so herrlich wir suchen zauberboden hast du welche gesehen ich sollte auf einen davon aufpassen wo ist sie rede nicht so laut ich kann und ich auf noch mehr arten überzeugen jetzt kommen die drohen das sieht sie ähnlich ich existiere nur um ein märchen zu spielen wenn das dein plan ist gerne jederzeit aber einfach wird es nicht rotkäppchen hat die hufe hochgerissen 1000 mal haben sie mich aufgeschlitzt wacker steinen vollgestopft und in den brunnen geworfen als ihr nicht mehr kommt habe ich beschlossen dass der gröre einzuzahlen jetzt rottet sie im brunnenschacht vor sich hin wenn das zusammen mit dem jäger also können wir nicht spielen ich bin nicht verpflichtet ich sterbe hier irgendwas anderes also lasst mich in die rohe verschwindet dieses kapitel ist einfach so ein geschenk der wohl vertraut ich habe mich in den brunnen geworfen oh gott es ist so durch ich liebe es so und was jetzt keine sorge ich werde mit dem spielen oder besser gegen ihn nur das rotkäppchen brauche ich ich meine das kleidungsstück nicht die leiche der kleinen da bin ich froh du willst mir helfen das ist deine chance in den brunnen raus mit der kappe das ist exakt mein humor genau so was das genau das ist ich finde der rotkäppchen na schön auf in den brunnen hals und beinbruch das werden wir kriegen wenn wir da runter springen ich hoffe da unten ist wasser tatsächlich da tauchen wir mal das rotkäppchen rotkäppchen rote kappe warte ich ja mal noch ein jäger die kann man nicht guten na schade da die 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 Wie seh' ich aus? Ehrlich? Es geht so. Na, du musst ja ein Frauenschwarm sein. Ich kann nicht klagen. Gehen wir zum großen bösen Wolf zurück. Lass mich warten. Du spielst die Enkelin? Mhm. Und du den Jäger. Musst ja auch mal denken. Du schon wieder. Ich hab' dir doch gesagt, dass ich nicht mit dir rede, wenn du hohen Teppich nicht dabei hattest. Kein Problem. Sianna kann für sie einspringen. Was? Na schön, ich kann es euch nicht verbieten. Enkeltochter, komm heran mein Täubchen. Aber Großmutter, was hast du so große Augen? Damit ich dich besser sehen kann. Großmutter, was hast du so große Ohren? Damit ich dich besser hören kann. Aber Großmutter, was hast du so große Zähne? Damit ich dich besser fressen kann. Oh nein. Natürlich, was krampft. Das war so klar. Oh fuck. Was müsste das jetzt sein? Hätten wir es nicht friedlich kehren können. Ich hab' dir so wohl auch in den Kopf. Ich hab' dir so wohl schon losgebracht. Ich hab' dir so wohl schon losgebracht. Verdammt. Oh, Scheiße Ach du Scheiße Ich hab dir gestorben Alter Schwede Dieses Kapitel, das macht nicht fertig Im positiven Sinne Das hab ich die anderen Ich hab vorhin bei Gronkh mal in den 2 reingeguckt Nicht reingeguckt, nur mal kurz auf die Thumbnails geguckt Und auf die Titel und sehen wie weit es noch ist Der hat verstärkt wahrscheinlich so wie ich sehe den anderen Weg genommen Gegen den Wolf, du Werwolf gekämpft Ich hab dir doch gesagt, dass ich nicht mit dir rede, wenn du roten Töpchen nicht dabei hast Ich hab jetzt gegen den Wolf Kein Problem Was? Bitte einmal spicken Damit ich dich besser Damit ich dich besser Damit ich dich besser Damit ich dich besser Ich hab das Arztzeichen dann schon mal geholfen Das heißt, ich hab nicht viel gebracht Ich hab das Ich schneide dich in Scheißen! Längst du vielleicht mal ab? Die Großmutter! Ich bin jetzt nur Unterstützung gebrochen! Äh, Hilfe! So wird es nur was! Äh, Hilfe! Rotkäppchen! Im letzten Mal sind wir wenigstens noch mitgekämpft. Jetzt habe ich hier irgendwie... Ich bin gerade alleine im Kampf. Was ist ein bisschen bescheidenes. Ja, dann geht es hier zu meinem Platz. Na toll, das geht Hetzjagd weiter. Duft zu hetzen! Wir sind hier nicht in Bresden! Meine Klasse! Na toll! Nein, Lung! Der große, böse Golf! Rätkäppchen und der große, böse Golf weg jetzt nicht. Oh, ein alter Klassiker! So, da hast du's! Woher versiegt's? Weißt du noch, was Jos zur roten Bohne gesagt hat? Ein Mensch hat sie. Und auf keinen Fall hat er sie verschluckt. Mhm. Dann machen wir ihm mal den Bauch auf. Wobei? Kronkorken, falsche Zähne, Korkenzieher. Ah, na bitte. Die rote Bohne. Na bitte. Einen Schritt weiter. Zwei von drei. Ich frage mich, ob du überaus diskret bist, oder ob diese Mutationen dich jeglicher Neugier beraubt haben. Willst du gar nicht wissen, was passiert ist? Was aus mir wurde, nachdem man mich verstoßen hatte? Da du es erwähnst, ich würde gern den Rest hören. Mal sehen. Sie haben dich aus dem Herzogtum eskortiert. Ja. Und die Elite der Ritter Toussans machte nicht Halt. Bis zur Wildnis von Kettdor. Da ließ sie mich sitzen. Mittellos. In einem zerrissenen Spitzenkleid. Als der Frost begann. Sie nahmen an, irgendwas werde mich schon fressen. Oder dass ich freundlicherweise einfach verhungere. Doch wie üblich habe ich alle enttäuscht. Ich wanderte wochenlang durch die Wälder. Grün und blau vor Kälte. Kaute Rindenstücke. Schließlich sah ich ein Licht. Ein Lager. Es waren Banditen. Bärtig. Besoffen. Blutbesudelt. Ich war sicher, sie würden mich schändeln. Oder umbringen. Oder beides. Das ist wohl nicht passiert? Damals erfuhr ich, dass Räuber und Mörder bisweilen anständiger sind als Ritter in schimmernder Rüstung. Sie nahmen mich auf. Wir gingen nach Nazair. Und ich tat, was ich konnte, um es ihnen zu vergelten. Ich legte einen schnellen Aufstieg hin und wurde schließlich Anführerin. Der ganzen Bande. Du hast was durchgemacht. Durchaus. Derweil meine Schwester sich in Daunenbetten von Baden besteigen ließ. Sie hat dich nicht verstoßen. Das verüble ich ihr auch nicht. Aber dass sie mich vergessen hat. Ihre Schwester. So. Genug geschwatzt. Los. Zerstören wir noch ein paar weitere Märchen. Drei Bären haben wir noch. Das wird wahrscheinlich dann ein Busskampf. Dann sprechen wir mal hier wieder an. Sprechen wir mal noch. Ja, die drei Bären, die werden wahrscheinlich... Ich werde die letzte Beere und die letzte Bühne haben. Dann geht es zum großen Busskampf. Zum Wiesen. Dann reden wir erstmal mit Rapunzel. Weiter so Plätze. Das sind die Bären. Dann komme ich noch nachher vorbei. Das sind die Bären. Dann komme ich noch nachher vorbei. Und ich meine Nötze. Nötze? Im Raum? Drei Bären. Drei Stühle. Drei Betten. Nicht jetzt. Kommen wir später hin. Drei Schüssel. Eine zu groß. Die zweite zu klein. Die dritte gerade recht. Die dritte gerade recht. Drei Schüssel. Drei Schüssel. Drei Schüssel. So ist es. Er ist noch höher als in meiner Erinnerung. Und es gibt Treppen hinauf. Drei Schüssel. 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 Drei Schieße. τοen S Challenge. Das wird ja Scheiße. Ein Toter Prinz. Hat versucht Rapunzel zu befreien. Ist abgestürzt und hat sich den Hals gebraucht. Ah ja. Romantisch. Ich tröf die schltz nicht ab und bringe es richtig nicht den Hals. aber stecken tue ich herum gewusst geht es da rein weitermachen eine wunderbare aussicht nicht schlecht das ist doch klar ganz witzig, was kampf ich habe es nicht witzig, wasser witzig 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 in mein Gott ist nicht unsichtbar ich dachte wir haben er ja schon geschadet Das ist wieder so ein albtraumhafter Kampfer, wo er sich wieder heilt. Verdammt. Lass ich der Prinzessin das Haar herunter. Sie hat sich an ihrem Haar erhängt. Ja, der Punzerts hier hängt. Ja, sehr schön. Wie ist die gelbe Bohnen? Hätte mich geärgert, wenn die Kletterei umsonst gewesen wäre. Können wir noch die drei Bären bekämpfen? Erstmal einen schönen Ausblick genießen. Eigentlich nicht schlecht. Wo ist das Schloss? 14 Tage lang. Assassin's Creed lässt grüßen. Und? Die Bohne hab ich, aber Rapunzel? Hm. Offenbar war sie es leid, auf den Prinzen in strahlender Rüstung zu warten. Wer könnte ihr das vorwerfen? Männer heutzutage. Alle Gecken und Stutzer. Deswegen hast du dir einen Vampir geangelt? Detlef war ein Werkzeug. Und sonst nichts. Wie schade, dass er das nicht wusste. Ich vertraue niemandem. Das habe ich vor langer Zeit gelernt. Nun lernt er es. Du hast eine Vergangenheit mit Detlef, die das Treffen beeinflusst. Fürchtest du dich nicht? Ich komme mit ihm zurecht. Hm. Da bist du sicher? Du als Hexer siehst das Monster in ihm. Ich weiß, wie er wirklich ist. Keine Sorge. Es ist Zeit zu gehen. Noch ein bisschen Arbeit, dann nichts wie weg aus dieser verfluchten Märchenwelt. Wir müssen sie am Pfad bei Rapunzels Turm pflanzen. Und uns alle Riesen gefasst machen. Was möchte ich mit den Beeren lassen? Das dürfen wir nicht mehr. Es soll mir recht sein. Noch ein Bosskampf mit Beeren. Das wäre mir... Hätte ich auch drauf verzichtet. Na dann. Einhornplätze. Auf geht's. Das war klar. Es sind ja nicht wirklich Gegner hier. Wir brauchen hier nur einen effektiven Stab und Schoensitzer. Hier mit den Bohnen. Oh, sehr schön. Wofür lassen wir die Bohnen ein? Nicht mehr lange und ich bin frei. Und dann bringen wir dich zu Detlef. Und reden mal ein bisschen. Statt zu kämpfen. Warte. Warum? Die Bohnenranke wächst schnell. Sehr schnell. Wir müssen vorsichtig sein. Gut. Ich bin jetzt zurück. Wirf sie rein. Und auch nicht. Au. Das war aber so klar. Die Zielgerade. Auf zum Riesen. Das war's. Unglaublich. What the fuck? Okay, Synchronsprich haben Versagen. Riesenwasgampf. Vulkenrieser. Ich hätte mal vorher montieren sollen. Das wird jetzt hier nicht mehr gehen. Das ist schlecht ohne Trinker. Das gehört mir gar nicht. Wir könnten ihn von hinten erreichen. Das ist einfach. Ich habe nur Trinker und nichts zu essen. Wir sollten ihn drauf hinlocken. Ah, ich weiß nicht, wie wir vorgehen. Und zu den Blitzen locken. Und wenn er elektrisiert ist, dann aufhauen. Ich kann sowieso nicht mehr lange. Komm hier her, stark auf den. Wir müssen aufschlagen. Wir müssen aufhauen. Wir müssen aufhauen. Wir müssen aufhauen. Wir müssen aufhauen. Ist gar nicht so leif, Team hier. Und so leif. Die bin ich. Na toll. Hier kann ich vor den Bosskampf heute noch zu schaffen, aber ansonsten speichern wir hier und machen das dann beim nächsten Mal weiter. Einmal werde ich es hier noch versuchen. Es wäre ein gelungenes Ende, dass wir hier aus dem Zauberbuch wieder rauskommen. Die Copyright Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020